Liebe YouTube-Zuschauer, Wurzeltomys Lobpreisit auf Hochdeutsch gesungen, heute für Sie das Lied Nehmt einander an, wie Christus Euch angenommen hat, in Gottes Lob, ein Lobpreisit heute vom Wurzeltomys. Viel Vergnügen! Nun sagt, nun sagt, nehmt einander an, wie Christus Euch, Euch angenommen hat. So wie wir lästern, so wie wir lästern oder streiten, so wie wir nicht von dem, was hier gepredigt wird. Nicht akzeptieren, versucht mal Jesus zu, zu lieben, um zu verstehen. Nun sagt, nun sagt, nehmt einander an, wie Christus ja Euch, Euch angenommen hat. Denn auf einem Bein kann man schlecht gehen, wenn wir jemanden nicht leiden können, werden wir es nie verstehen. Nun sagt, nun sagt, nehmt einander an, wie Christus ja Euch. Jesus hat die Menschen gemacht, um Miteinander lieben zu können, auch Probleme sind zum Lösen da. Und wenn wir da zu Jesus kommen, ja nun sagt, nun sagt, nehmt einander an, wie Christus Euch angenommen hat. So wie er die Lösungen für Euch schon sah und Dir sagen will. Nun sagt, nun sagt, nun sagt, nun sagt, nehmt einander an, wie Christus Euch angenommen hat. Nun sagt, nun sagt, nehmt einander an, wie Christus Euch angenommen hat. Und so sagt, nun sagt, nun sagt, Nehmt einander an, wie Christus Euch, Euch angenommen hat. Amen.